Hallo Leute, ja wir sind hier wieder im Lager. Ich habe alles rausgepackt und habe auch schon hier den Dechsel gebaut, weil da hatten wir die Option, der hilft uns halt für die Werkbank hier drin ein bisschen was Neues zu machen, weil da haben wir jetzt die 4 Sterne Möglichkeiten, das heißt Aufwertung vom Bogen zum Beispiel sind jetzt hier mit 4 machbar, das heißt wir müssen gleich erstmal so ein paar Sachen aufwerten. Hier schauts Logo und dann schauen wir zu, dass wir Sachen kriegen zum Aufwerten. So, wir brauchen Holz, Leder und Hirschwelle. So, hier haben wir den Hirschwelleumhang, aber letztes Mal haben wir den Troll da geholt, das Trollleder haben wir, da bauen wir lieber aus dem Trollleder was. Und das ist hier die Trollledertunika, die gibt uns Rüstung 6, das ist doch auch ein Umhang, oder Tunika würde ich sagen. Was haben wir denn noch mit Trollleder, Lederhelm, aber den können wir nicht machen, obwohl die Knochen hätten wir auch. Was hat unser jetziger Helm, 4, ok dann würde ich das nicht machen, weil der Lederumhang, wo ist er denn jetzt, oder ist es, nee. Hirschwelleumhang ist hier, Troll, da ist der Umhang, ok da braucht man 10 für, der Umhang geht doch nicht. Höchstens wir würden das sparen. Leder-Tunika ist natürlich, äh, normale Kleidung, ne. Wird er wahrscheinlich den Brustpanzer ersetzen, vielleicht geht es auch übereinander, weiß ich aber nicht. Da ist aber Rüstung 10. Der hat 6 und der hat 4, das würde ich auch nicht machen wollen. Dann würde ich lieber den Umhang nochmal sparen, dass wir nochmal irgendeinen Troll erledigen. Oh, in der Hoffnung, dass es klappt. Das würde ich dann machen. Und Aufwertungen sind ja hier dann, wie gesagt, der Bogen könnte aufgewertet werden, das macht vielleicht Sinn. Dafür Holz, Lederreste und Hirschwelle brauchen wir. Den Umfang wäre auch nochmal das, aber den würde ich jetzt nicht machen wollen. Hammer kann man nicht aufwerten. Obwohl, achso, nur bis Stufe 3 wahrscheinlich. Der Lederhelm, den kann man auch nochmal aufwerten und den Feuersteinsperr auch. Also wir holen Knochen und Leder und, ja, müssen wir gucken. War das hier? Ja. Das. Das brauchen wir und das brauchen wir. Dann brauchen wir noch Holz. Das war, glaube ich, das normale Holz, was wir brauchen, ne. Das brauchten wir nicht mehr, das habe ich eben für den Dechsel gebraucht. Und jetzt können wir hier kurz reingehen und jetzt müssten wir schauen, dass wir was machen können, ne. So, den Bogen können wir jetzt aufwerten. Der ist jetzt mit Stechen 28 und dann 31, das ist ein Dreierwert. Der Hältigkeit 3 mal bewegen, ja, okay, das machen wir trotzdem, weil das macht Sinn. Den Helm auf 6 kriegen wir auch hin, der hat ja jetzt 4. Und den Umhang wollten wir ja sowieso nicht machen. Dann wären wir noch Steinsperre, da brauchten wir aber vorher Steine für, aber den Sperren nutzen wir so gut wie gar nicht. Also macht das auch keinen Sinn. Und wo ist jetzt hier Feld Nummer 6? Das war doch unser, ne, Bogen ist auf 1 gelandet, okay. Ach, weil die Fackel alle war, oder was. Den mache ich aber lieber wieder da hin, weil der da hingehört. So, hier haben wir Mähtmischung gesund, okay, 50 XP. So, hier ist jetzt alles durch, ne. Trumpschild brauchen wir nicht, wir können auch mal durchgucken. Lederhelm, Keule, Bogen, Holzpfeil, Troll, Lederhosen. Die können wir auch machen, aber Rosen. Weiß ich jetzt nicht, Beinschiene. Ne, das ist ja Kleidung hier, ne. Ich glaube, das sind die Hosen auch. Ja, das haben wir ja die zerlumpten Hosen, aber mit den Speinschienen und so gewechselt. Das macht also keinen Sinn. Holzpfeile. Komm, wenn wir schon hier sind, stellen wir gerade noch 20 hier, 43 sind zwar noch da, aber besser mehr. Ja, wo sind die jetzt hier hin? Da. Ach, das sind Feuersteinpfeile. Naja, jetzt haben wir noch einen Slot mehr weg. Machen wir erstmal so dann. Ich dachte, das wären keine Feuersteinpfeile gewesen. Naja. Gut, hier sind wir durch. Schon wieder dunkel. Sieht wohl so aus. Wir haben hier nichts mehr zu machen, glaube ich, oder? Bronzenägel, aufwerten. Ja, da fehlt uns alles Material. Wir müssen also nochmal Dingens haben. Sag schon, äh... Hier ist nichts mehr. Wir müssen noch mehr Eisen und so haben, ne? Steht nur auf dem Schild, kann keiner lesen, ne? Achso, hier waren Steine. Hier habe ich übrigens die Krauzwergen auch reingetan, weil darin eine Trophäen gelandet sind. Wahrscheinlich müssen wir demnächst noch eine neue Kiste bauen. Hier hatte ich halt die Trophäen geändert, ne? Okay, da ist nichts. Hier essen, da können wir noch den Honig reinschmeißen. Und das war's dann. Da oben haben wir ja ein fertiges Essen, das haben wir schon extra mitgenommen. Und hier müssten jetzt noch die Knochen runter. Und Leder genauso wie Hirschwell. Wie, den haben wir gar nicht an, oder was sehe ich das? So, jetzt haben wir wieder alles an. So, dat packe ich jetzt aber hier rein, weil das wir aufsparen wollen. Und dann wollen wir nicht mitschlüren. Genauso wie den Barren, den muss ich auch noch loswerden. So, das, was ist das? Also das hatte ich das Essen. Wildschwein-Dörrfleisch habe ich gemacht. Und wir müssen unbedingt eine Fackel haben, ne? War die hier zu machen? Ich glaube schon, oder? Aber für eine Fackel brauchen wir Dingensach schon, äh, Harz. Also schnell hier rüber laufen. Den Barren wegtun. Da haben wir leider nichts geholt letztes Mal, weil wir den Troll ja hatten. Und da mussten wir abhauen wegen den anderen Tieren da. Den nehmen wir mit. Und dann brauchen wir noch Holz. Und zwar einfach das Holz. Ist das das? Ja. So, und dann können wir eine Fackel machen, oder? Fackel. Herstellen. Und ich glaube, wir machen zwei, ne? Genau. So, dann haben wir zwei Fackeln. Einmal wieder raus hier, der Trolls. Wo ist es? Hier hatten wir nur zwei genommen, oder was? Sieht wohl so aus. Reserve ist das. Gut. Und der Harz kommt hier auch wieder rein. So, dann ist das erledigt. Wir sind leer. Wir haben was zu essen mit. 23 war für beides. Das ersetzt sozusagen den Pilz vorübergehend. Also das Fleisch. Können wir gerade auch noch wegbringen. Aber wir könnten es auch. Dann nehmen wir die Hälfte mal gerade. Und machen das hier. So, Kochstelle erledigt. Fleisch ist durch. Wir gucken weiter. Haben wir noch was hier an der Werkbank zum Reparieren? Warte, wir sind nicht nah genug dran. Nein, ist das alles heiler? Das bedeutet, wir können jetzt nochmal schauen. Müssen wir noch was weglegen? Nein. Das würde bedeuten, wir schlafen jetzt gerade eine Runde. Und schauen dann am nächsten Tag, dass wir an Kupfer wieder kommen. Im Traum lachst du. Okay. So, das heißt, wir gehen wieder auf Reise. Auf geht's. Ich verkürze das Ganze, wenn wir am Kupfer sind und nichts Schlimmes passiert, dann sehen wir uns da. Wir haben nichts zu essen, das machen wir noch gerade schnell. So, wir sind am Kupfervorkommen. Noch ist alles ruhig. Gucken wir, ob wir es auch aufnehmen. Tun wir. Müssen nachher nur gucken, dass wir die Steine herlassen, weil die brauchen wir nur nicht. Müssen gucken, dass kein Troll kommt. Das ist ja schon altbekannt, dass hier irgendwo beim Kupfer auch immer Trolle sind. Wenn der Troll natürlich respawnt ist beim Turm, dann wäre das natürlich eine einfache Geschichte, dass wir da noch fünf von den Trollläder kriegen. Müssen wir mal gerade gucken. Wir haben 198. Schmeiß das mal weg. 166. Da können wir noch einiges mitnehmen. Und er hat jetzt das Kupfer nicht aufgenommen, weil es schon zu schwer ist, oder? 22, 297. Ich glaube, das war's. Mehr kriegen wir nicht mit, oder? Da liegt nämlich auch noch schon wieder was. Was können wir denn da ändern dran, ne? Ja, das können wir mal wegschmeißen. Nimmt er dann das Kupfer auf? Ne. Du trägst zu viel. Jetzt hat er das aufgenommen. Wir haben sechs Kilo überlast. Die Knochen sind nur 1,5 Kilo, wird ja also auch nix bringen. Ja, die 20 Pfeile, wie verliegen die? 2 Kilo, okay. Kann ich laufen damit? Das ist zu schwer. Dann macht's keinen Sinn, dann müssen wir doch einen hier lassen. Gut, dann liegt da noch einer. Fürs nächste Mal. Wir gehen zurück. Weil jetzt haben wir ja unser Zeug. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da was machen. So, jetzt sind wir wieder an unserer Basis. Können wir wieder Sachen verteilen. Was haben wir hier noch? Ein Harz. Und da bin ich, sagen wir mal, noch so ein Nixenschwänsel gehabt. Weiß gar nicht, ob wir die irgendwo für brauchen können. Hier ist auch noch ein Stein. Den gehen wir auch noch gerade mit, wenn wir den schon mal da haben. Hier ist jetzt aber nix. So, das heißt, wir schmeißen mal gerade das Erz hier rein. Das ist voll. Dann kommt das erstmal da rein. Die Knochen und der Nixenschwanz müssen auch noch loswerden. Die Knochen waren hier. Ne, da ist falsch. Da ist richtig. Warte, das müssen wir wieder rückwärts machen. So. Der Nixenschwanz kommt glaube ich noch draußen. Den können wir ans Essen hängen. Oh, Feuer ist aus. Dann müssen wir Holz haben. Aber normales Holz haben wir gar nicht mehr. Das ist auch nicht gut, ne? Der Nixenschwanz kommt dann in die Truhe hier rein. Mache ich jetzt nicht. Und dann gucken wir mal gerade schnell nach Holz. Nehmen wir hier einen Baum. Ja, der ist mir auf den Kopf gefallen. Mal minimal Schaden, aber nur wenn wir noch Glück gehabt, ne? Und dann können wir auch noch Edelholz holen, also die Birken. Da stehen noch welche. Wo ist er denn? Da. Birkensamen, neues Material. Ja, okay. Ja, tschüss. Birkensamen hatten wir noch nicht. So, so. Was ist das für ein Baum, ne Buche? Komm, wir nehmen noch ne Birke mit. Wir haben noch eine Gmehlau. Na Gimian, ne? Wir haben ja eine Gmehlau. ich will den Birkenstamm. Wieso geht das jetzt nicht? Und dann machen wir erst den. Und dann nochmal den Birkenstamm. Jetzt wird es ja wohl gehen, oder? Genau so ist es. Gut, dann ab ins Dingenslager. Wir hatten die Tür offen gelassen, da ist keiner reingelaufen. Das kommt da rein. Achso, das ist ein Stack voll. Und dann schnell zum Feuer. Das hatten wir ja noch nicht an. Das machen wir mal an. Besser ist es. So, das brennt schon mal. Machen wir jetzt nichts mit dem Nixenschwanz. Oh, hier haben wir schon ganz viele Dingens gekriegt. Kupfer. Mach das mal und das mal, weil ich glaube, das muss da bestimmt auch noch rein. Das ist voll, ja. Okay, wir sind auch voll. Das geht nicht mehr. Dann den Kupfer hier rein. Holz können wir da hinten auch rein machen. Dann haben wir hier wieder Kohle. Voll, passt. Und da kommen wir nicht vorbei. Dann kommen wir, nee, das Holz war hier nicht. Das Erz können wir da rein. Aber warte, da ist gerade was rausgefallen. Das heißt, wir können da auch reinstecken wieder. Das Holz kommt hier rein. Erledigt. So, jetzt können wir hier noch Dingens machen. Sag schon, die Bauern haben wir aber nicht rausgeholt. Das heißt, die sind es noch hier. Du trägst zu viel. Okay. Kriegen wir das hin. Keine Kohle da. Er nimmt dir das jetzt nicht auf, weil er zu viel trägt. Hier kommen wir jetzt nichts rein tun. Doch, machen wir gerade so. So, jetzt müssen wir mal schauen. Er hat gleich schon den nächsten aufgenommen. So, Bronze können wir hier machen. Aber Aufwertung haben wir noch nicht drei. Warte, was wollten wir denn bauen? Wir wollten noch was Spezielles bauen, oder? Lass uns den Hammer mal gerade rausholen. Das Gärfass wollten wir zum Beispiel bauen. Fünf Bronze, Edelholz und Harz brauchen wir da. Nee, das war falsch. Das heißt, die Bronze stellen wir mal fünf Stück hier her. Hatte die jetzt schon alle fünf gemacht? Ja, sehr gut. So, für das Fass braucht man noch Edelholz. Achso, das war hier. Was kam hier rein? Nix erstmal. Was noch mit dem Fass? Da ist es ja schon. Ah, Harz. Harz, der ist hier. So, jetzt können wir das Fass machen. Wo stellen wir das nur hin? Zu weit weg steht da, ne? Ja, ich würde es schon hier hinstellen wollen. Zack. Nee, wieder falsch. So, jetzt haben wir das. Zu ungeschützt. Was heißt zu ungeschützt? Ich habe keine Ahnung, was zu ungeschützt heißt. Oh Mann, ey. Das war doch hier in der Verbindung, ne? Holzbank. Achso, auf der Holzbank kann man ruhen. Komme ich jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr weg, oder? Zu ungeschützt. War die Reichweite zu dem Feuer nicht groß genug, kann das sein? Aber dann hätte ich es nicht bauen können, oder? Weiß ich nicht. Fermentierer, zu ungeschützt. Was heißt das? Gut, muss ich jetzt gucken. Ich denke, wir machen den ersten Cut hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.